So, da sind wir auch schon wieder, ihr seht schon, komplett neues Event, komplett alles neu. Wir machen als erstes die Aufgabe, die Möbel kaputt zu haben. Ich kann ja gerade selber nicht sagen, wie die Möbel genau heißen, aber es gibt eine Zeit Probleme mit dem Einloggen, deshalb habe ich das Video jetzt erst gestartet, wenn ich reinkomme, aber ich zeige euch gleich nochmal, welche Aufgabe damit gemeint ist. So, kurz in eigener Sache, ihr seht, wir haben die 1000 Abonnenten fast erreicht, ich denke mal, dass wir das heute schaffen und nachher, wenn ich einen Livestream starte, wenn ich alle Aufgaben soweit fertig habe, werde ich auch den ersten Skin verlosen. Wir entscheiden dann im Stream nochmal selber, welchen wir nehmen. Wow! What do we need to do? Andepa? What's that? Where do we go? Can we go here maybe? So. Ich komme hier noch gar nicht raus. Okay, wie ihr seht, ist es das erste Mal, dass ich hier drin bin. Wieso komme ich nicht hier raus? Das war es hier wieder komplett an der Stelle. Kamen die anderen raus? Was ist das denn? Ja, das ist natürlich perfekt zum Aufnehmen. Tja, das wird dann ein kurzes Video. Wie ihr seht, irgendwie klappt hier noch gar nichts, was das Event betrifft. Mal gucken, wo die Reise hier hingeht. Also hochladen werde ich definitiv. Ich habe nur keine Ahnung, was hier gerade passiert. Oder gehört es dazu? Weil noch fliegen wir weg. Oh, das war es, oder was? Ist das hier nicht ernst? Also eigentlich hatte ich ja vor, die Aufgabe mit den Möbeln zu machen. Aber irgendwie war das halt mal gar nichts. Also wundert euch nicht, wenn es euch genauso geht wie mir. Es geht zur Zeit einfach noch nichts. Der Ansturm ist einfach zu groß. Ich lade natürlich die ersten Aufgaben sobald hoch. Sobald ich hier auch mal irgendwas auf die Reihe bekomme. Wie ihr seht, es geht halt einfach gar nichts gerade. Aber habt Geduld. Ihr werdet sehen, wenn ich die erste Aufgabe hochgeladen habe, dann seht ihr auch schon, dass es wieder alles funktioniert. In dem Sinne, bis gleich.